Hier sehen wir eine Faragwaische Spielart von Volleyball, die heißt Pixi Volley und wird nur mit dem Körper gespielt, also mit dem ganzen Körper, ohne Hände. Hände sind nicht erlaubt. Und nebenbei können wir mal sehen, wie groß die Scheiße geworden sind. Angabe von Nestor, Jammer, Jammer. Hanni ist auch ganz gut dabei. Juppa. Carlos ist ja wohl bekannt und das da ist der Osmar. Mach das besser. Also die Professionellen machen das bis zu 10, 12, 15 Wechsel übers Netz, ohne je mit der Hand den Ball zu berühren. Juppa, hätte er aber fast noch gehabt. Nestor, du hast doch dein Söpfchen heute gar nicht. Na sowas. Okay, das sonst. Amelie sitzt natürlich vorm Computer. Tschau, tschau. Papai, Mama. Ui.